Es war einmal mehr eine exklusive Ausfahrt. Motorisiert mit einem 450 PS Turbo Boxer und Sicherheitsbügel ging es mit dem neuen 911 Targa 4S durch den Bayerischen Wald. Am Steuer niemand geringerer als Walzer von und zu röhren. Hier seine Eindrücke dazu. Für mich ist der Targa natürlich ein perfekter Kompromiss. Es gibt Leute, die wollen ein Cabriolet haben, weil sie sagen, sie haben Frischluft. Der andere sagt, ich möchte schnell fahren, ich brauche ein geschlossenes Auto, weil das sicher ist. Und da ist der Targa natürlich der perfekte Kompromiss. Ich habe beides. Ich habe auf der einen Seite die hohe Steifigkeit, die Sicherheit, wenn man wirklich was passieren sollte. Und auf der anderen Seite bin ich Freischluftfanatiker und es geht wunderbar. Also für mich ist der Targa auch die Tatsache, dass er als Vierrad geliefert wird, finde ich, passt genau zu diesem Auto dazu. Das deckt für beide Bedürfnisse alles perfekt ab. Interessant auch der Vergleich mit den ersten Targa-Modellen aus den 60ern. Wenn ich mich an den ersten Targa, da war mir damals, war das was vollkommen Neues. Das schaut ein bisschen aus wie so ein Hengel zum Wegwerfen, der Bügel hinten drauf. Aber wir haben natürlich sehr schnell begriffen, dass es natürlich ein wesentlicher Vorteil ist, weil auch die offene Karosserie damals in den 60er Jahren, die war natürlich alle dermaßen weich mit Verwindung. Und da war nämlich der Targa schon wieder ein Fortschritt. Das hat das schon ein bisschen alles stabilisiert. Und darum, heute bin ich der Meinung, dass auch optisch für mich der Targa vielleicht das eleganteste, schönste 9-11er-Derivat ist, das ich kenne. Der große Unterschied ist für mich einfach für Leute, die sagen, Okay, ich bin ein Fanatiker, vielleicht passiert doch mal was, dass ich mich mal irgendwo überschlage und diesen Bügel, der da beim Cabriolet ausfährt, dem traue ich nicht so sehr, das schaut mir schon wesentlich stabiler aus. Also für die Leute ist es sicherlich ein Argument, dass sie sagen, Okay, ich habe auf der einen Seite ein offenes Auto, aber habe doch das Gefühl der Sicherheit, dass ich irgendwie etwas über dem Kopf habe. Die schwere Dachtechnik beim 9-Tager, kompensierender Allradantrieb und die optionale Hinterachslenkung sowie das adaptive Fahrwerk. Das Handling ist somit durchaus mit dem des normalen Elfers vergleichbar.